Hey yo, wir sind hier bei der Tour de Neuss in der Stadt Neuss. Wir würden uns freuen, wenn es mehr und bessere Fahrradwege gibt. Wir kämpfen ja viel auf der ganzen Welt und wollen uns, dass die Radfahrer schnell und zügig vorwärts kommen. Und das werden sie auch erreichen. Viele Grüße und tschüss, Frau!